Wir sind am 13.07.2022 und hier ist die Bachstelzebieter. Genau dort auch. Die Phönix habe ich auch hier schon gesehen. Die Phönix habe ich auch hier schon gesehen. Was sehen wir schon hier? Ob es eine Schwalbe, die man die ganze Zeit hört. Was sehen wir schon? Ja. Die Phönix habe ich auch hier schon gesehen.